Hallo, hier ist der Steven von SupportNet und heute zeige ich euch ein weiteres YouTube-Programm von FreeStudio DVD VideoSoft. Dazu gehen wir auf YouTube und diesmal testen wir das Programm Free YouTube to DVD. So, einmal öffnen. Mit diesem Programm können wir uns jetzt praktisch Videos von YouTube herunterladen und gleich auf eine DVD brennen, was natürlich sehr, sehr praktisch ist. So, herunterladen können wir die Videos, indem wir den Link kopieren und entweder einfügen oder wie den Haken setzen bei automatisch. Dann wird der Link gleich aus der Zwischenablage genommen. Gut, das machen wir jetzt auch einfach mal. Wir gehen auf unseren Browser, rufen den YouTube auf, nehmen natürlich ein SupportNet-Video und schauen, wie der Jakob hier den Reader getestet hat. Gut, die Werbung brauchen wir nicht. Jetzt kopieren wir oben den Link, entweder über STRG und C oder über Rechtsklick und kopieren. Dann gehen wir runter wie auf unser Programm und sagen jetzt einfach Einfügen. Jetzt wird das auch alles schon überprüft. Wir sehen schon, hier steht der richtige Name, OIO2 Reader im Test und Vergleich mit dem Kindle. Es wird jetzt hier natürlich überprüfen, was für eine Qualität und wie groß das Video ist. Da müssen wir jetzt mal ganz kurz warten. Wir können so lange uns die Optionen anschauen. Hier könnt ihr natürlich ein bisschen kaufen. Dann funktioniert das Programm ein bisschen schneller alles, weil es ein paar Encoder benutzt. Ihr könnt hier die Sprache ändern oder angeben, welchen Ordner das abgespeichert werden soll. Das fertige Video. Gut, wir sehen jetzt hier das Vorschaubild, die Qualität und jetzt, nachdem er es uns fertig berechnet hat, sagt er uns auch, wie groß ist es und er zeigt uns den belegten Speicher an, also 0,82 GB. Das heißt, wenn ihr DVD einlegt, wisst ihr ganz genau, wie voll es ist. Also ihr könnt jetzt hier noch mehrere YouTube-Videos angeben. Diese alle brennen und bei der nächsten Party seid ihr der Hit. Gut, dann einfach auf DVD erstellen und dann geht's los. Also viel Spaß beim Ausprobieren.